Ach, hier haben wir Strings. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe dir noch ein bisschen Strings dargelassen. Das ist aber sehr nett. Ja, so bin ich. Ja, das wird jetzt wieder sehr crafting intensiv. Ach, ich brauche ja zwei Sieb von den Dingern pro Sieb. Brauchst du noch Strings? Ja. Das war jetzt aber knapp. Ich brauche 36. Ja, ich habe 31. Ich gehe hier in die untere Kiste wieder. Mehr habe ich jetzt. Also sei denn, irgendwo in der Kiste ist was drin. Noch. Ja, wenn du da was siehst, dann nimm mal her. Aber ich sehe hier so nichts. Scheint nicht der Fall zu sein. Guck mal. Ja, guck du mal. Ja, du kannst ja auch einen Bone Group machen. Oder mach zwei, meiner ist fast kaputt. Da ist doch noch irgendwo in einer Kiste. Den habe ich gerade genommen. Und der ist fast kaputt. Aha. Und der aus Knochen bringt mehr als der andere, oder was? Der geht schneller, soweit ich weiß. Mit dem anderen Ding kaufst du irgendwie lange. Oh, du kannst auch einen aus Dick machen, dann können wir nochmal ausprobieren. Aber ich meine, der aus Knochen geht schneller. Ach, äh, warte. Hier. Hast du mir jetzt noch einen anderen gegeben? Ja. Ach, da hinten liegt er. Ja. Da kommt man echt eine Menge Würmer raus. Mhm. Ein Kroog jetzt weggeworfen? Hätte ich einen Kroog weggeworfen, oder was? Keine Ahnung, was du wohin geworfen haben willst. So, wohl leichter Leck. So, ich habe genug Strings. Hier hast du noch meinen anderen Kroog. Yay. Ja, ich mache das natürlich jetzt hier alles weg. Ja, ja. Ich werde gleich wieder was Neues wachsen. Oh, tut er schon. Okay, dann brauche ich Eisen, Eisen Ingots und Glowstone. Glowstone 4. Das ist Tin. Wo haben wir denn jetzt den Eisen? Das Eisen, wie auch immer. Ach ja. Irgendwo in den Kisten. Ja, das wird noch alles besser. Es wird noch. Ja. Irgendwann. So zum Ende hin. Okay. Vier automatische Siebe und dabei ganz vergessen, dass wir ja oben noch eins haben. Geil. Also haben wir jetzt, äh, fünf. Ähm, ja. Wie machen wir das jetzt? Ja, so bestimmt nicht. Okay. Ja, man kann ja die Siebe noch aufwerten und so ein Zeug. Gibt es da auch Upgrades für? Ja, ja, das meine ich ja. Das gibt Upgrades. Für Fortune und für die Speeds, Gedöns. Also, damit es schneller läuft. Ja. Also, damit es schneller läuft und damit man das geilere Zeug rausbekommt. Oder häufiger was rausbekommt. Äh, dann wären die hier für Gravel. Von Gravel aus, müsste es in ein Crafter und in ein, in den Rest, genau. So, ja. So, hast du hier der Tier 2 Crafter? Den nehmen wir mit. Also, kommt es hier hin. Ach ja, die können ja alle gelöscht werden. Wie löscht man die? Ah. Okay. Ist natürlich auch jetzt gerade wieder sehr spannend, wenn ich hier alles abfarme. Aber, na gut. Ja. Ist man ja nicht anders gewohnt. Da hat man ein Tier... Dings reicht überhaupt nicht aus. Ein Tier 2 Crafter. Ich brauche ein Tier 3 Crafter. Mach keinen Scheiß. Ja, doch, doch. Wie macht man genauso wie ein Tier 2 Crafter? Nur anders. Ah. Okay. Dann hätten wir das. Und hier haben wir die beiden Redstone. Okay. Hoffentlich reicht das jetzt wirklich. Wahrscheinlich nicht. Ach, ich Idiot. Was hast du gemacht? Ich gucke gerade, ob es irgendwie eine simplere Methode gibt. Ist das drauf? Nein. Oh, gut. Okay. Okay. Ich habe ein bisschen Wolle. Wolle. Ein bisschen Wolle? Ja, ein bisschen Wolle. Ein und ein Viertel Stack. So. Ungefähr. Na ja, immerhin. Cool. Der Crafter hat das Inventar behalten, als ich ihn neu gecraftet habe. Also umgecraftet habe. Okay. Das ist nice. Ja, das sieht man nicht allzu häufig. Hoppala. Nicht ins Deck Eisen wegleißen. Compressed Steel. Brauchte ich Compressed Steel? Ich glaube ja. Ja, vier Stück. Hast du Gäste eingeladen? Was? Du hast Gäste eingeladen. Wo? Hinter dem Periodensystem. Oh, verdammt. Wie kommt die denn hier rein? Keine Ahnung. Du hast sie eingeladen. Das hätte eigentlich alles hell genug sein sollen. Hätte. Na gut, die kann ja nur da Respawn sein. Hier oben ist alles hell genug. Hm. Ne, so wird das nichts. Oh. Hätte ich das nicht einfach hier irgendwie? Nee. Das war jetzt irgendwie doof. Was ist denn? Du siehst mal. Ich wollte eine Fackel ans Barrel machen. Und? Ja, ich habe die Fackel ans Barrel geworden. Ach so. Ja, da musste... Ähm. Ne, geht das überhaupt? Eigentlich doch einfach mit dem Stift. Äh, möglich, dass das geht, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Na gut. Ich brauche auf jeden Fall so ein paar mehr Craft, da habe ich mir überlegt. Um alle drei Stufen durchzugehen. Wie viele Metalle haben wir denn überhaupt? Ja, wie viele? Ich gucke mal nach. Das. Ardite, Ore und Cobalt. Das. Ach so, das ist hier nur so. Okay. Also, wir haben Eisen, Gold, Kupfer, Tin, Silber, Blei, Aluminium. Sind sieben Stück. Der Tier-3-Crafter kann acht. Also brauche ich drei von denen. Jo. Ja, warum nicht? Aber als Hammerer dann wahrscheinlich wieder nur ein... Okay, das wird ein ziemlicher Kabel. Ich hoffe, das klappt alles. Ja, doch, so irgendwie schon. Vor allem muss ich jetzt noch so ein Automatik-Hammerer basteln. Aber ich glaube, ich mache erstmal die Crafter.